So, Clan-Arena. Und wir beginnen. Wir sind Team Blau. So, erstmal gucken, wo sich die Gegner aufhalten hier. Ach, da drüben. Sehe ich gerade auf der Korte. Ich bin erschrocken, Junge. Hier geht die Größe Partie also los, ja? Mensch, die sind aber schnell unterwegs. Okay, alles klar. Ja, wenn der Kollege drüben ist, wie soll ich denn das dann... Ich bin alleine gerade, okay. Ach, da ist Kollegas. So, Runde gewonnen. Müssen wir jetzt doch ein bisschen mit Bedacht machen hier. Oh, ich bin jetzt schon alleine? Echt? Boah, geschafft. Einmal bloß drauf gehalten. Wow. Ups. Wie schön alleine? Ne, der Kollege ist noch da, okay. Leute. Hä? Willst du mal, wo du hinschießen sollst? Ups. Okay, noch mal einen Kollegen erwischt. Nicht schlimm. Die Runde haben wir trotzdem gewonnen. Aber es kann passieren, dass man den Kollegen mal erwischen kann. Hm. Weil wenn sie da so auf ihren Haufen stehen, wie würdest du es denn sonst machen? Irgendwie werden musst du dich ja. So. Das ist wirklich so bloß im Spiel so, ne? Ja, ich weiß, aber du bist mir gerade umweg gewesen. Dann tut's mir sorry. So. Ja. Bin ich wieder alleine hier. Boah, wieder die Runde geschafft, ey. So, 4 zu 0. Bis jetzt dominiert Team Blau. 3, 2, 1, beginn. Also, ich sag erst mal ne Schmerz, okay. So. So. Okay, kümmer dich mal. Ich hau schon mal ab. Ich bin jetzt doch alleine. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Wenn ihr von links nach rechts kommt, ist es unfair. So. Den habe ich schon mal. Wo ist der andere? Hier. Da war er doch. Schon wieder weg. Boah, da kommt der echt mit ner Rakete hier an. Oh, ich hab nur noch 3 Lebenspunkte. Ich glaube, die Runde überlebe ich gar nicht. Diese Runde werde ich womöglich nicht überleben. Wo ist er denn jetzt? Komm ruhig, komm ruhig. Komm ruhig, komm ruhig. Ui. Das ging aber schnell. Doch noch geschafft mit 3 Lebenspunkten. So. Fünfter Punkt für Team Blau. Woops. Aber ich kann ja noch mal an das. Ja. 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 Wenn du im Weg bist. Ja. Wenn du im Weg bist. Da ist das ganze Spiel. Ja. 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 jetzt noch die sohn ist schon vorbei ok 31 punkte 6 zu 0 danke fürs zusehen bis zum nächsten mal